Also ehrlich, was ich da lese, das ist eine Botschaft an alle homofeindlichen, homophoben Menschen da draußen. Ihr könnt uns zwar folter, mit euren homophoben Beleidigungen bombardieren und unser Privatleben in Schutten und Asche legen. Aber was geschieht? Das Feuer, das ihr angezählt habt, breitet sich aus und wenn wir brennen, brennt ihr mit uns. Gegen Homophobie, gegen Intoleranz. Wow. Schatz, komm mal kurz. Ja? Guck mal, was ich gefunden habe gerade. Hier lag wirklich ein Flyer auf dem Sofa. Da steht es eine Demonstration gegen Homophobie. Am 12. April, ja genau, um 13 Uhr. Das habe ich doch von einem Typen in Neukölln habe ich das bekommen. In Neukölln, wirklich? Warte mal, der sieht so ein bisschen aus wie du. Wirklich? War das nicht Nasser? Da steht Nasser El Ahmad, ist der Organisator. Also manchmal führst du ein Doppelleben? Nee, wieso? Eigentlich nicht, ne? Nein. Gut, aber darum müssen wir auch auf die Straße, dass wir kein Doppelleben führen müssen, richtig? Ganz genau. Und deswegen, am 12. April 2015, besser das große Plakat, 12. April 2015, Demonstration gegen Homophobie und Intoleranz. Am Hermannplatz. Sei dabei, um 13 Uhr. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.